Herzlich willkommen bei CAMBI. Heute präsentiere ich Ihnen die Bullet-Kamera. Die Bullet-Kamera hat ihren Namen aufgrund der Gehäuseform, die einer Patronenhülse ähnelt. Bullet-Kameras sind bekannt und beliebt für Überwachungszwecke im Outdoor-Bereich. Es gibt sie in unterschiedlichsten Kombinationen von Objektiven, Beleuchtung, Technologie und vielem mehr. IP-Bullet-Kameras haben eine längliche Gehäuseform und sind mit IP67 zertifiziert und dadurch gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Dadurch sind sie optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Diese Kameras sind Netzwerkkameras und können mit verschiedenen Brennweiten ausgestattet sein. Bei einer festen Brennweite bleibt das Bild genau gleich, während man bei Vario-Objektiven die Möglichkeit hat, das Bild raus und rein zu zoomen. Bullet-Kameras sind im Bereich der Videoüberwachung echte Allrounder. Sie können im Außen- und im Innenbereich angewendet werden und durch ihre optimale Montagemöglichkeit absolut perfekt zu platzieren. Für die Montage ist alles bereitgestellt. Schrauben, Werkzeug, dafür finden sie in der Verpackung. Bullet-Kameras sind mit Infrarot-LEDs ausgestattet, sodass auch bei Dunkelheit erstklassige Bilder produziert werden können. Diese haben eine automatische Funktion zur Erkennung der Dunkelheit und schalten automatisch das Infrarot-LED ein. Welche Bullet-Kamera ist jetzt die richtige für mich? Es kommt auf den zu überwachenden Bereich ein. Haben Sie einen Indoor-Bereich, der gleich bleibt, dann reicht eine feste Brennweite aus und Sie können das montieren, sodass der zu überwachende Bereich immer im Blick ist. Haben Sie einen größeren zu überwachenden Bereich, wie ein Outdoor-Bereich, Eingangsbereiche, dann empfiehlt sich ein Vario-Objektiv. Mit dem Vario-Objektiv können Sie den zu überwachenden Bereich bestens überwachen und selbst entscheiden, welcher Bereich im Fokus liegt. Die Bullet-Kameras gibt es in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Farben, wie schwarz und weiß, mit verschiedenen Objektiven, Vario-Objektiv oder fester Brennweite und unterschiedlichen Sensoren. Bei uns im Online-Shop finden Sie die verschiedensten Modelle, die zu Ihren Bedürfnissen passen.